Bereits im April dieses Jahres gab GZSZ-Star Marc Weinmann die traurige Nachricht bekannt, er wird die Dramaserie nun nach drei Jahren verlassen. Kommende Woche steht sein großer Abschied bevor. Was können Fans dabei erwarten und wie wird überhaupt die Figur Moritz mit all dem umgehen? Schwerer Abschied steht in GZSZ bevor. Wie es für seine Rolle als Luis ausgehen wird, nahm der Schauspieler in einem Interview mit queer.de bereits vorweg. In der Zeit nach seinem Aufenthalt in Bratislava ging es Luis nicht so gut, da er immer wieder Gedanken an seine Bekanntschaft Adam aus Bratislava hatte. Nachdem er die aufkommenden Gefühle zuerst unterdrücken wollte, wird ihm immer klarer, dass er das nicht kann und Moritz auch nichts vorspielen möchte. Aus diesem Grund muss Luis herausfinden, was das mit Adam wirklich ist. Die einzige Möglichkeit erfolgt ihm nach Graz und verlässt dabei sowohl den Kiez als auch Moritz, wie Marc verrät. Ein emotionaler Abschied, der die Fans wohl tief berühren wird. Ein Comeback ist allerdings nicht komplett ausgeschlossen, denn Luis könnte jederzeit zurückkehren. Marc Weinmann, dankbar für die tolle Zusammenarbeit bei GZSZ, doch für Marc heißt es vorerst, Abschied von seiner Rolle zu nehmen. Im Interview blickte der Schauspieler auf drei wunderbare Jahre am Set zurück. Besonders die Zusammenarbeit mit seinen Kollegen habe er als äußerst positiv empfunden. Am meisten werde ich das Team vermissen. In kaum einem anderen Schauspieljob hat man das Glück, über eine so lange Zeit mit einem fast immer gleichbleibenden Team zu arbeiten. Natürlich wächst man sich ans Herz, und diesen stetigen Austausch werde ich definitiv vermissen. Nun stehen für den 26-Jährigen neue spannende Rollen an. Bei welchen konkreten Produktionen er mitmachen wird, wollte der Schauspieler nicht preisgeben. Doch eines kann Marc versichern. Er freut sich auf seine kommenden Projekte. Die Rolle Luis werde ich nie vergessen, aber es wird auch Zeit zu schauen, welche Facetten darüber hinaus noch in mir schlummern. Wird Moritz diesen Abschied verkraften? Der Abschied von Luis wird wohl Moritz am härtesten treffen, da er herausfinden muss, wie er sein Leben ohne seinen Partner weiterführen kann, so Marc. Ich wünsche Moritz, dass er weder an sich noch an der Liebe zweifelt. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn er einen neuen Mann findet, der ihm all das geben kann, was vielleicht sogar Luis ihm nicht bieten konnte. Nicht mehr lange und dann müssen Fans des beliebten Paares stark sein, am 25. September verlässt schließlich Luis die RTL-Serie, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Aber wer weiß, vielleicht können wir eines Tages mit einer Rückkehr rechnen.